Im Hotel Vöttinger in Steinbach am Attersee wartet auf Sie eine einzigartige Kombination aus Kultur, See und Bergerlebnis. Bei uns sind Tradition und österreichische Gastlichkeit seit 1869 zu Hause. Die großzügig angelegten Zimmer sind modern ausgestattet und wurden von heimischen Handwerksbetrieben gefertigt. Die Küche des Hotels verführt mit hochwertigen österreichischen Gerichten aus ausschließlich regionalen Zutaten und fangfrischen Attersee-Fischen. Sie brauchen gar nicht mehr hinzusehen, das habe ich alles schon wegkomponiert. Gustav Mahler war in den Sommermonaten von 1893 bis 1896 Gast in Steinbach am Attersee und komponierte hier Teile der zweiten sowie die gesamte dritte Symphonie. Sein Komponierhäuschen ist ganzjährig für Besucher gegen Voranmeldung geöffnet. Der Businessgast, um Wissen zu sehen und zu ernten, bedarf es idealer Bedingungen. Top ausgestattete Seminarräume verhelfen garantiert zum Erfolg. Unser Freizeittipp, eine Rundfahrt mit dem hauseigenen nostalgischen Ausflugsschiff Lisa, Baujahr 1925. Hotel Föttinger, Heimkommen in die Geborgenheit.